Hallo zusammen, ich bin der Cheap und ich zauge heute mal für euch eine Runde Filler. Es hat kein Titelbild, deshalb zeige ich euch auch keins. Also ich mache mal Pause ganz kurz, um zu erklären worum es geht. Man muss halt, man kann jetzt gleich hier so, hier seht ihr, so einen Ball so groß machen. Und wenn die Kugeln einen berühren, dann platzt der natürlich. Also das ist ein ganz einfaches Spielprinzip und es werden halt von Level zu Level mehr. Ja, man hat hier ein Leben, man hat aber in späteren Levels mehr Leben und auch mehr Bälle, weil es werden natürlich auch mehr von diesen Bällen. Und ich fange das jetzt mal an hier, damit meine Timelift oben auch noch in Ordnung ist. Und ich fange mal an. Gucken, wie schnell ich das schaffe. Man muss immer 66% cleart haben. Mehr braucht man gar nicht, das reicht schon. Öh, hat er denn jetzt gemacht? Ist nicht geportet hier, das kleine Teil? Ah, ich mache das mal hier weit hin, so richtig auf Nummer sicher hier. So, zack. Da, 66,6%. Okay. Jetzt sind es schon drei Kugeln, wie ihr seht. Wow. Und es wird halt immer unberechenbarer. Am Anfang kann man es vielleicht noch ein bisschen timen, wann die beiden Kugeln hier ankommen. Dann kann man die hier schön einquetschen. Aber später ist das sehr, sehr schwer. Ah, man schafft es aber auch so manchmal. Dann kann man hier seine riesigen Super-Bubbles reinmachen. Bäm. Okay, next mit vier. Ja. Ihr könnt das ja auch mal versuchen und mir eure Versuche zeigen, vielleicht. In Videos oder so. Oder wenn ihr einen Screenshot macht von eurem besten Teil. Ja, von eurem besten Teil, ne? Nicht falsch verstehen. Von eurem besten Run. Dann könnt ihr mir das natürlich auch schicken. Per YouTube, ne? Also ich gucke schon in meine Messages rein. So ist das nicht. Ähm, so. Ah, jetzt habe ich hier so rumgelabert. Und es hat sich wie von selbst erledigt, nehmen wir ja. Oh, fünf Stück. Ah. Okay, noch vier leben. Oh. Oh, das war knapp. Oh. Der eine kleine Scheißballer hätte abhauen können. So, den quetsche ich jetzt ein hier. Komm, schön in der Ecke drin bleiben. Oh, jetzt kann ich hier einen ganz großen hinmachen. So. Fülle ich schnell noch auf. Hab ja immer noch 18 Bälle. 16. Oh. Ja, aber ihr seht schon, es ist ziemlich tricky, wenn man viele Bälle auf engem Raum hat. Im Moment geht's noch. Aber wenn das nachher 12 oder 15 Bälle sind, dann aber holla die Waldfee. Ja. Das mag jetzt langweilig ausschauen. Ist es aber gar nicht. Finde ich nicht. Oh. Mah. War doch so klar. Okay. Versuchen wir mal hier so eine neue Taktik. Immer hier Ball nach Ball. Dann können die ja gar nicht da dran kommen. Die Idioten. Idiotenbälle da, ey. Null hier und weißt du. Nur rund einfach. Hau da ab da. Oh, okay. Einen eingesackt. So, jetzt müsste es aber gleich schon soweit sein hier. Ich hab ja noch voll viele Bälle. So, geschafft. Jetzt sind es schon sieben Bälle. Oh, vorsichtig, 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 Ted. Werd jetzt nicht übermütig. Seht ihr, jetzt sind nämlich wieder alle frei hier. Oh, ich will die doch fangen da unten. Bleib doch da drin. Scheiße. Nicht mehr geklappt, ey. Na. Ja, so viele frei ist natürlich super kacke noch, ne? Ist aber gut. 22 Balls hab ich noch. Krass, ey. 22 Balls hab ich. Ah, noch 21. 20. Noch 19. Und da sind so viele hier. Ah, der war aber gut. Dafür hat der... Ah, boah. Jetzt hab ich aber auch einen draufgekriegt hier, ey. Farming ist so klar, die sind jetzt alle deine Ecke, ne? Ja, genau. Voll wahrscheinlich so. Oh, 60%. Ja, komm jetzt aber. Machen wir hier noch ein paar. So richtig Feigling-Aktion. Aber ich will das Level hier schaffen. Ich will nicht, dass ihr sagt, boah, guck mal, erster Trial, der verkackt voll hart, so. So, jetzt haben wir 8. Und ist die Musik nicht schön sphärisch dabei? Wunderbar. Also müsst ihr euch mal angucken. Haben mehr Spiel. Aber ich hab das oft gezockt, so. Also zum Zeitvertreib ist das manchmal ganz bockig. Wenn manche von euch auch mal so Minesweeper oder so eine Scheiße zocken. So was mag ich nicht. Also ich bin, äh, Minesweeper-Hater. Der David hingegen ist der super Minesweeper-Mann, also. Oder, äh, oder auch hier, wie heißt das, äh, das blöde Kartenspiel, weil bei Windows dabei ist, das mag ich auch nicht. Ich vergesse mal, wie das heißt. Ist aber auch egal. Ist halt blöd. Merke ich mir nicht. So, boah, ich laber schon wieder die ganze Zeit und dann mach ich's ganz gut. Also ich sollte mich nicht zu viel aufs Spielen konzentrieren. Ah, Mann, ich wollte ihn auch da drin noch haben. Mann, gibt es nicht. Game over. Submit your name. Dead cheap. Da, hab ich gemacht. Standing high score. Was ist das denn hier? Versteh ich nicht so ganz. Okay. Ich mach nochmal ein neues Game. Didi-de. Didi-de-de-de-de-de. Ah, hier ist es noch so entspannt. Später ist es einfach nur noch brachial hektisch. So, aber das mag ich ja. Okay, nächste. Jetzt geht der Schieb ab. Da, 36% schon mal. So müsste das immer laufen. Dann schafft man auch, das mal eben hier zu machen. Ja. Er da hier. Ich hab nur gedacht, er könnte mich noch treffen, aber nix da. Ja, schon mal 25. Das ist gut. Du bleibst schön da unten drin. Ah, zwei gefangen. Geil. 56%. Oh. Ah. Okay. So. Und geschafft. Okay. Fünf. Fünf die zweite. Ah. Also ich glaube, es ist ein bisschen besser, die fallen zu lassen, weil dann hat man eine größere Chance, welche einzusperren. Boah, bleib schön da drin. Oh, schade. Die hätten doch ruhig hier in die Ecke fliegen können gerade. Kann man hier nicht... Ah, guck mal, kann man sie wegsprengen. Geil. Das ist eine kleine Kugel, die auf... Ma. Auf einmal da erscheint. Kann ich hier die dicke rüber? Ne, das schaffe ich nicht mehr. Okay. 51,7%. 57, 58. Ma. Jetzt sind die scheiß Kugeln wieder hier. So, jetzt aber. Und geschafft. So, nächste. Sechs Stück. Hm. Okay. Der war schon mal nice. Da muss ich ja nur acht Stück von machen, damit er passt. Ah, ne. Quatsch. Bisschen weniger. Nur viereinhalb von diesen großen. Oh. So, mal gucken, ob wir hier einen einfangen können gleich. Aber hier den einzufangen ist eine blöde Idee. So, kurz ein bisschen Platz geschaffen. Aber ich habe dabei, glaube ich, eine Kugel rausgelassen, ne. Ah, schade. Komm, die hättest du ja ruhig noch fangen können, ne. So, die ist aber schon mal... Komm, da ganz unten rein. Sehr schön. Der ist auch gefangen. Ja. Und. Zack. Geschafft. 66,6. Genau die Grenze getroffen. Okay. 13,6. Ich schaffe das schon. Ich schaffe das schon auch. Ich bin ja noch ein bisschen traurig, dass der niederträchtige Ninja, äh, 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 aber ne, damit Spoiler ich was. Das kann ich ja noch gar nicht sagen. Äh, okay. Nein, es geht um die Together Show, aber... Und um die Bauschlampen Games, aber, äh, mehr sage ich jetzt nicht. So ein Spoilerchen, das ist blöd, weil ich weiß nämlich nicht genau, wann der Peter die Folgen von der Together Show, von dem ersten Bauschlampen Games hochlädt, also... Weil gelaufen sind schon die Zweiten, für die, die sich das fragen. Äh, und noch acht Leute kommen in die engere Auswahl, aber die sind auch schon angeschrieben worden. Also, wenn ihr jetzt noch nicht dabei wart, dann tut mir das sehr leid. Aber, dann ist eure Bewerbung entweder nicht aufgefallen oder hat mich nicht überzeugt, ne? Also, wie gesagt, ich suche eine richtige, dreckige Mist-Sau. So. Seht ihr? Wieder gelabert und super geschafft dabei. Also, oh, fast 20%. Awesome. Ne, du hast mal schön deine Ecke. Bleib schön da. Ah, scheiße, der war, der war geil, der war so schön groß. Der war geil, der war so schön groß. Könnte man auch falsch verstehen, wenn das hier aus dem Kontext gerissen wird. So, hier noch ein großer hin. Boah. Das ist jetzt aber heftig hier. Erstmal den hier, so. 61. 62, 4. 62, 8. Ah, kann ich noch einen hier machen. So, 65. Oh. Das werde ich aber noch schaffen jetzt, ne? Uah. Ah, geschafft. Gut. So. Wie viel haben wir denn jetzt hier überhaupt? Drei. Neun, ne? Oder so. Neun, genau. Immer ein mehr, als das Level da steht. So was. Habe ich mir doch vorhin extra so ganz toll gemerkt. Und dann nichts draus gemacht. Habt ihr gesehen? Oh. Oh. Manchmal kommen die aber auch aus dem Nichts. Ich hab das Gefühl, die teleportieren sich manchmal nur, um mich zu ärgern. Ja. Oh. Nur einen eingesperrt. Und zwei eingesperrt. Na komm. Ah, schade. Okay, 67. Äh, 47, 48. So, jetzt machen wir hier wieder einen Trick. Hier einen super Trick. Immer die Kugel nachrollen lassen. Und mit so einer kleinen Kugel wegballern. So, jetzt mache ich hier nur einen rein. Und hier nur einen. Und dann habe ich es auch schon geschafft. Zack. So, zehn Stück. Okay. Nummer eins. Oh, Nummer zwei. Bisschen klein, Nummer zwei. Nummer drei. Äh, ein knappes Viertel habe ich schon. Wow. Oh, bleibt da unten. Ich habe dich da so schön eingesperrt gehabt. So, dann sperre ich auch noch weiter ein. Kann ich nämlich hier noch alles zuspammen. Jawohl. So, noch einer weg. Vielleicht. Ah, schade. Ich habe gedacht, ich könnte den einen da noch. Aber das wird wohl nichts. Aber das ist normalerweise das richtige Spiel für mich. Weil irgendwann fängt es mich an, sowas aggro zu machen hier. Auch wenn da so entspannende Musik beißt. Wahrscheinlich extra, damit man nicht so schnell austickt. Oh. Ja, warum mache ich denn hier jetzt noch einen hin? Hier so? Da? Okay. Jetzt können wir hier wieder super krasse Trick, ey. Voll der Trick, so. Oh. Oh, das war schon mal gut. Den machen wir noch. Fast 60. 61. 62. Oh. 64. Oh, noch 5 Leben. Oh, geschafft. So, 11 Stück. Jetzt wird es langsam haarig. 5 Prozent. Muss ich ja nur 12 Mal machen, so ein Riesending da gerade. Oh. 13 Mal insgesamt eigentlich. Aber egal. So. Fast 20 Prozent schon. Oh. Oh. Ja. Nein. Jetzt war ich so gierig, den da unten noch einzusperren. So. Einer ist schon mal weg. So. Hier noch einen großen in die Ecke. Oh. Hier ist es gerade schön frei. Geilo. Okay. Jetzt wird es schlimm. Zehn Stück, die rumwuseln. Ah, neun. Ah, scheiße. Ihr sollt doch irgendeinen da begraben. Mann. Scheiße. Jetzt hat er doch noch so nachgesackt. Na komm. So. Da muss ich jetzt genau abpassen. Hier. Da hat er. Ja. Zwei. Okay. Jetzt sind da noch. Boah. Ich sehe es gar nicht. Sechs. Sieben Stück. Okay. Komm. Ma. Wieviel muss ich hier noch? Boah. So viel noch, ey. Aber vielleicht kann ich hier mal ein bisschen Land gewinnen. So. Das war auch schon mal nicht schlecht. 64. Oh. 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 Noch sechs Leben. So. Bleib mal schön da drin. Wollt sein Kollegen hier befreien. Habt ihr das gerade gesehen? So. 66,5. Ne. Jetzt geh auf Nummer sicher hier. So. Okay. Zwölf Stück.